So, herzlich willkommen hier zur Let's Play Serie von City Skylines und es geht jetzt weiter. So, ich bin jetzt auch schon am Laden. So, und zwar ich mache doch noch ein bisschen die Sounds runter. Ein bisschen ist es noch zu laut, habe ich so die Befürchtung. So, einfach alles mal hier ein bisschen runtergesetzt. So, jetzt muss es auf jeden Fall passen. Okay, wo sind wir denn stehen geblieben letztes Mal? Ich weiß es schon gar nicht mehr. So, was haben wir denn hier? Ah, ein neues Gebäude. Universität. Wo bauen wir denn die hin? Hier irgendwo? Oder sonst bauen wir die hier irgendwo hin? Hier so. Würde ich sagen. Okay. Wollen wir doch hier hinbauen, okay. Jetzt habe ich nicht genu... Alter, wie viel kostet das? 75.000. Okay, ich lasse es erst mal. 75.000 sind doch ein bisschen zu viel etwas, ne? Etwas zu viel, auf jeden Fall. So. Ich müsste es wieder auf schnell stellen. So. Jetzt raschelt es hier wieder durch. So, wie sieht es mit dem Strom aus? Gut, dass ich nachgucke, ey. Aber es kann ja nicht wahr sein, wie viele Dinge ich hier bauen muss. Das ist doch krass. Das ist ja nicht mehr normal. Ich habe in der letzten Folge schon zwei, drei gebaut. Aber jetzt haue ich hier mal ein bisschen mehr raus. So. Das muss jetzt mal reichen hier. Das kann es doch gar nicht geben. Meine Güte. Immer diese Stromprobleme. So, wir wollen ja unbedingt jetzt nochmal hier auswechseln. Das sind die Stromprobleme. Dieses Mal. So, wir wollen ja nicht. Das sind die Strom, die da jetzt mal. Wir wollen ja nicht wie das. Das ist eine noch. Okay, ich muss jetzt mal ein bisschen mehr. Wandern, das sind die Strom, die Sägevonne, die wir immer viel zu machen. Das sieht auf jeden Fall schon besser hier aus. Ich weiß gar nicht, ob man dadurch mehr... Ja doch, sieben Haushälte, acht Haushälte, also da werden doch ein bisschen mehr Leute dann in der Stadt dann sein. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Äh, Moment. Ich glaube, ich ziehe erst mal so eine... Moment. Ah doch, ich ziehe, glaube ich, erst mal so eine Linie rüber. Huch. Moment. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah doch. Ja, da möchte ich. Okay, dann machen wir hier erst mal... Oh. Ich habe eine Errungenschaft freigeschalten, das ist ja cool. Sehr nice. Freut mich auf jeden Fall. So, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Blödsinn und gehe jetzt wegen denen jetzt bankrott oder so. Ich denke aber nicht. Ansonsten bin ich am Arsch. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Oh, ich mache jetzt gleich Minus. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Nein, nein. Das müssen wir hier schnell hinbauen. Damit wir hier wieder ins Plus kommen. Hm. Super. Das sieht doch gut aus. So, hier haben wir auch noch... Oh, nee. Nicht einzeln hier. Zack. So ist es doch viel besser. Ach, Moment. Hierzu benutze ich dieses Tool. います. Okay. recall. Okay. Das muss ich yêu. Ichалась mir jetzt mal noch mal ganz Peine bang. Aber oh, nee. Ich weiß nicht. Alles nicht okay? Aber queue für den dann. Aber ich muss mich nicht sagen. Aber für dich schallt. Ich meine magazine. Play will mich TWIN! Und wir haben da hin und über街 demand toutesceğinizi. Ich bin froh. Dumpfes Gefühl, ich hätte das Ganze jetzt nicht machen sollen. Aber das ist mir jetzt egal. Das müsste eigentlich hinhauen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Nee, 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 sieht nicht gut aus. Das sieht ganz schlecht aus. Oh Gott. Verdammt, und schon sind wir in Minus. Oh, okay. Oh, nee. Oh, nee. Das darf jetzt nicht wahr sein. Oh, Leute. Wir kriegen langsam ein Problem, habe ich so das Gefühl. Moment. Oh, nein. Ich habe mir schon gedacht, dass so etwas passieren wird. Aber dass es so extrem wird, habe ich mir nicht gedacht. So, jetzt müssen die hier wieder alle Strom haben. Ja, perfekt. Jetzt haben die alle wieder Strom, dann sind sie auch wieder zufrieden. Normalerweise. Oh ja, jetzt kommen sie wieder rein. Plus 500, plus 700, plus 800, plus 900. Jetzt, jetzt geht es hier wieder rund, aber das mit dem Geld geht nur langsam wieder nach oben. Das ist halt noch das Problem. Oh. Wir haben hier noch keinen Strom. Moment. So, jetzt haben die auch hier... Ja, super. Jetzt sind sie alle... Jetzt sind sie alle hier raus. Nee, ich glaube es nicht. So knapp. Ja, hier muss ich nochmal ein bisschen so nach der Reihe hinbauen, ne? Äh, Moment. Moment, 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 Moment. 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 Ich hoffe, das haut jetzt wieder hier hin, ne? Boah, krass, wie viel Minus, ey. Oh, ich hoffe, wir schaffen das wieder gut hinzubekommen. Moment, ich kann ja mal hier die Budgets mal ein bisschen runterdrehen. Aber hier ist ja momentan ein bisschen zu viel bei Budgetausgaben. Ja, das hier bringt sich eigentlich nur nix. So, jetzt machen wir zumindest schon mal gleich wieder Plus. Weil das ist echt schon extremst gewesen. Also Strom ist immer noch viel zu viel, was wir hier an Geld reinstecken. Jetzt sind wir sogar fast zu wenig. Na, siehst du mal an. So, was haben wir jetzt an Wasser? Was ist auch viel zu viel momentan? Drehen wir jetzt auch mal ein bisschen wieder runter. So. Damit wir halt, wie gesagt, etwas Plus machen. Dass wir mal wieder aus dem Minusberg rauskommen. Ja, jetzt hoffe ich, dass es hier mal ein bisschen wieder generiert. Ja, so kann es mal gehen, ne? So schnell kann man hier mal die Leute ausziehen lassen. Das ist schon extrem, was ich hier gemacht habe. Sollte man nicht machen, ne? Nur so ein kleiner Tipp. Bälle nur ganz wenig auf einmal. Nicht gleich zu übertreiben wie ich. Oh Gott. Aber ich kriege es wieder auf die Reihe. Also gut, ich sage es mal so. Das war ja auch eigentlich der Grund, warum ich in meinen anderen Spielstand bankrott gegangen bin. Da habe ich es ein bisschen übertrieben. Und dann ging es gar nicht mehr. Aber es ist, es ist eine meiste Leistung, dass ich hier nicht auch bankrott gegangen bin. Also, na gut, bankrott ein bisschen, ja. Was wollt ihr denn jetzt? Geringer Bodenrichtung. Ich verstehe jetzt nicht, wie man das jetzt ändern kann. Das ist mir jetzt auch... Dann zieht halt aus mir. Egal, ey. Ihr wollt unbedingt Parks haben. Mein Gott, seid ihr egoistisch. Oh Mann, ey. Ich habe ja nicht mein Geld dazu, ey. Also meckert hier nicht rum. Ich mache gerade schon wieder nur Minus. Ist doch echt toll, muss ich sagen. Ach, jetzt ist das Teil. Ich mache schon wieder nur Minus. Äh. Auf Müll verzichte ich jetzt hier erstmal Ich muss erst wieder mal zu Geld kommen Achso, deswegen Die zahlen nicht so viel Steuern Na aber hallo Jetzt wird aber hier mal hochgetrieben Doch schließlich Geld So, jetzt läuft's wieder ein bisschen besser Ich frag mich, wo ist denn das ganze Geld geblieben? Oh, ja das sind jetzt ziemlich viele, ne? Ach du Kacke Ja gut Leute, das war's jetzt eigentlich wieder für diese Folge Oh meine Güte ey, wir sind wie eine Geistesstadt Ich hoffe, ich schaff's noch Das wieder ordentlich hinzubiegen Und dass ich auch wieder ins Plus komme Aber das seht ihr dann eh in der nächsten Folge Ob ich wieder ins Plus komme oder nicht Dann sehen wir uns bis dahin wieder Und ja Ciao Leute